So, hallo und herzlich willkommen zu Deadly Rooms of Death. Letztes Mal haben wir angefangen, diesen Rahmen herzumachen. Oh boy, kein einfacher Plow hier. Lass uns das Fußwerk hervorrufen, bevor ich mich bewege. Oh, oh… Eh… Oh… Jetzt komme ich da nicht mehr runter. Ich habe so keine Lust darauf, ich schaue das jetzt in einem Video nach. Wow, das ist echt heftig. Ich habe keine Ahnung wie ich das machen soll. Okay. Oh, okay. Interessant. Also ich habe mir jetzt erstmal nur einen Teil angeschaut. So. Nein, warte. Das ist hier hin. Nein. So. Ich glaube ich habe es schon verkackt. Ja. Es war aber schon besser. Okay. Interessant. Also er hat das so gemacht. Nicht so. So, so. Ich weiß zwar nicht, ob das die einzige richtige Lösung ist, aber ich werde es jetzt irgendwie hinkriegen, weil das einzige Raum ist, den ich gerade machen kann und ich überhaupt genau habe, wie das funktioniert. So. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt hier runter, da nach oben. So. Oh. Okay. Okay. So. Nein! Ich habe irgendwas falsch gemacht. Nein! Okay. Ich habe es verstanden. Ich weiß zwar nicht, wie man da drauf kommen soll, aber... Ja. Warte! Was? Achso. Ja. Nein, das war der falsche Zug. Zwei, drei, vier runter, da rüber. Nee, das war falsch. So, so, so. Damage. Okay. So funktioniert das nicht. So, bis hier hin kommt er auf jeden Fall mal. Dann macht er wahrscheinlich den hier. Oh ja, das sieht richtig aus. Ich habe keine Ahnung, ob man da drauf kommen soll. Aber das ist mir jetzt total egal. Wow. Also mir ist es so egal, dass ich es gerade nachgeschaut habe. Ich meine klar, wenn man besser ist und ewig Zeit hat, kann man das mal nachschauen. Aber irgendwie habe ich dazu hier weniger Lust. Okay. Und her zu mir. Okay. So, okay. 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 Demonstration. So, okay. So, es ist mir nicht Carrot. Das ist mir nicht mehr. Okay. Okay. Lass mal soviel nicht töten, wie es noch geht. Das ist zu öfter Käse. Was ist überhaupt hier? Ach, den habe ich schon gemacht. Da war was. Komm doch her. Ich weiß auch nicht. Ich schlag nur. Okay, das waren alle. Soweit ich das sehe. Okay. 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 Der fängt mich da einfach. Okay. 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 So. Okay. 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 So, dann hier hoch, da runter, so, dann hier hoch, da runter, so, dann hier runter, so, dann hier hoch, da runter, so, dann hier runter, so, dann hier runter, da runter, so, dann hier Weil ich nämlich nicht auf eine Feiertür platzieren kann. Oh, warte. Ich bin so behindert. Ha, ich muss ja auch wieder rauskommen. So. So. Na ja. Hoch. Hoch. Ja, dann kannst du dich halt nicht weiter nach oben bewegen. So. Perfekt. Ich finde es sogar nett, dass sie hier wenigstens einen Checkpoint hin machen. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet, nach den letzten paar Räumen. So. Lassen den Checkpoint aktivieren. Schön. Versuchen, mit dem Übel nicht auf die Falltüren zu bringen gerade. Nee, das ist ein blöder Anfangspunkt. Ich will unten aufhören. So. Hm. So. Perfekt. So. Verdammt. Nicht so. Ganz so. Pum 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 pum. Pfff. Hm. Yeah. Also wir haben ziemlich viel Bewegungsfreiraum und die Druckplatten sind natürlich auch teuer, weil wenn sie fallen, dann hat die Mimic weniger Bewegungsfreiheit wie wir im Endeffekt. Was natürlich immer positiv ist, wenn wir uns mehr bewegen können wie die Mimic. Da wir sie auch weiter drücken können. Äh, ne. So. Äh, es geht noch. Okay, ich bewege mich jetzt mal ein bisschen weiter nach oben rechts. Jaja Handy, kein Akku mehr. Da mich auch. Okay, das schaffen wir auch noch. So. Das ist eigentlich nur... Verdammt. Nein. Wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich nur nervig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich mache es jetzt mal ein bisschen cooler. und sage mir einfach so, ich nehme hier einen Checkpoint. Ich meine, kann ich auch einfach machen. Ja. Ja. Ich brauche sowieso nur einen Ausgang. Verdammt. So. Okay. Boom, 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 boom. Mm, mm. Da, 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 da. Perfekt. Das sieht jetzt ziemlich einfach noch aus. Okay. Ich komme nur weiter nach oben. Ja. Perfekt. Nice. Checkpoint. Runter. Oh Gott. Das dürfte interessant werden. Ich will mich gerade nicht mehr nach Norden bewegen. Ich bin blöd. Wow. Wow. Ich bin blöd. 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 Das wird nicht schön. Ich darf mich jetzt nicht mehr nach Osten bewegen. Äh, nach Westen. 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 Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.